Hey liebe Campingfreunde, ich bin's, euer Max von Camperlandbong und heute stelle ich euch einen kleinen Familienwohnwagen vor, den Hobby Deluxe 94 KMF, ein ganz toller Grundriss und wie der jetzt aussieht, da seht ihr schon mal in den Highlights, viel Spaß damit. Das waren doch mal richtig tolle Aufnahmen, vergesst an der Stelle nicht den Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu drücken, damit ihr kein neues Video von uns verpasst. Ja und wir machen doch mal weiter mit den allgemeinen Fakten, Hobby Deluxe 94 KMF, für was steht überhaupt diese Abkürzung KMF? Das K steht für die Kinderbetten, die wir einmal hinten im Heckbereich haben, super praktisch ist auch, dass wir das untere Bett einmal aufstellen können und dadurch habt ihr entweder noch Platz zum Spielen, also für die Kids oder noch zusätzliche Beladungsfläche. Das M steht für diese tolle Mittelsitzgruppe und das F für das französische Bett einmal vorne im Bugbereich. Und jetzt starten wir mit den Längen- und Breitenangaben, weil wir haben ja ein kompaktes Fahrzeug. Wir haben eine Gesamtlänge von 6,89 Meter und eine Aufbaulänge, heißt ohne die Deichsel, von 5,71 Meter und die Breite beträgt hier 2,30 Meter. Die Höhe, also vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, das sind 2,63 Meter und das Umlaufmaß, also für das Vorzelt, das beträgt jetzt hier 9,47 Meter. Passt aber bitte auf, wenn ihr das Fahrzeug aufgelastet bestellt, dann kann es sein, dass sich das Umlaufmaß ändert, also besser nochmal nachfragen oder selbst nachmessen. Ja und das waren schon so viele Zahlen, deswegen blenden wir doch wie immer die Gewichte an dieser Stelle einmal ein. Weil wir haben jetzt hier eine Masse im fahrbereiten Zustand von 1.263 Kilo und beladen dürft ihr den serienmäßig bis 1.500 Kilo. Das ergibt für euch eine Zuladung von 237 Kilo, was schon viel ist, aber ihr könnt sogar noch mehr haben. Ihr könnt diesen schicken Wohnwagen auf 1.800 Kilo auflasten und dann kann sogar noch mehr mit. Und wir starten jetzt mal mit dem Exterieur, kommt gerne mal nach vorne. Bevor wir jetzt mit dem Exterieur starten, hier noch die kleine Preisinfo. Der unverbindliche Preisabwerk liegt bei 26.470 Euro von diesem schicken Wohnwagen. Für ein individuelles Angebot findet ihr einmal unten in der Videobeschreibung unsere Kontaktdaten. So und jetzt starten wir einmal. Wir beginnen hier vorne an der Anti-Stinger-Kupplung. Das ist die Knotka S25. Die ist natürlich serienmäßig mit dabei und super praktisch ist auch, die kann man ganz einfach abschließen. Und diesen Abschließmechanismus, den haben wir euch schon mal separat vorgestellt. Schaut auch da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Das entsprechende Video haben wir da für euch verlinkt. Direkt dahinter sitzt das Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige. Auch angenehm. Dadurch seht ihr einfach, wie viel Gewicht auf eurer Anhängerkupplung lastet. Und jetzt spingsen wir doch mal zusammen hier in diesen Flaschenkasten rein. Im Flaschenkasten habt ihr Platz für zwei 11-Kilo-Gasflaschen. Optional könnt ihr natürlich auch 5-Kilo-Gasflaschen mitnehmen. Auf der linken Seite sitzt einmal der rollbare Abwassertank. Und, finde ich auch immer ganz nett von Hobby, die geben euch direkt eine Eintrittsstufe mit dazu, so dass ihr einfacher in diesen tollen Wohnwagen reinkommt. Das schließen wir mal. Wir bleiben trotzdem mal hier vorne noch im Bugbereich. Weil ihr könnt natürlich jetzt auch noch Fahrräder mitnehmen. Man kann jetzt hier einen Deichsenfahrradträger platzieren. Entweder bestellt man den Abwerk mit oder wir rüssen den ganz einfach für euch nach. Und das ist wirklich eine tolle Möglichkeit. Und wir haben euch das auch separat schon mal vorgestellt. Schaut auch da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da haben wir das entsprechende Video für euch nochmal verlinkt. Ja, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen Richtung Vorzeltseite. Schaut euch das mal an. Wir haben einen wirklich kleinen, kompakten Wohnwagen. Und der erste Blick geht auf dieser Vorzeltseite mal aufs Blech. Weil wir haben jetzt hier ein Hammerschlagblech. Und ein Hammerschlagblech zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir diese gewisse Struktur haben. Aufgrund dieser Struktur habt ihr einen Gewichtsvorteil gegenüber einem Glattblech. Es kann also dünner sein. Und wenn da mal ein Bällchen drin sein sollte, fällt das auch nie direkt auf. Was ich natürlich auch ganz praktisch finde. Ja, und jetzt tauchen wir direkt mal ab. Wir schauen mal in die Beladungsfläche. Das ist nämlich die Außenstaufläche, die direkt hier am Bettbereich ist. Und das Tolle ist, wir haben wirklich ganz viel Platz. Tische, Stühle, Kiste Wein, Kiste Bier, der Grill, Sportequipment und das Kinderspielzeug. Alles kann mit. Man kann es ganz bequem von außen beladen oder entnehmen. Und das Clevere ist sogar, ihr könnt von innen das Bett aufstellen und dann kommt ihr auch super an diese Beladungsfläche. Das schließen wir mal zusammen. Wir gehen einmal nach links. Hier sitzt einmal der CEE-Eingang. Also die Hauptstromversorgung von diesem schicken Wohnwagen. Und ich finde das sogar richtig gut, dass das Ganze auf der Vorzeltseite ist. Weil es gibt natürlich auch diesen Stecker, der auf der Rückseite noch einen Schokostecker hat. Und schon habt ihr eine Vorzelt-Außensteckdose bereits mit integriert, was ganz clever ist. Links da vorne sitzt einmal der Einlass und der Auslass von unserem großen Dometic-Kühlschrank. Das ist ein Absorber-Kühlschrank. Das heißt, er kann über drei Energiearten laufen. Über 230 Volt am Campingplatz. Über 12 Volt während der Fahrt in einer kühler Haltung. Oder ganz autark über Gas. Zum Kühlschrank gleich nochmal im Innenraum mehr. Wir gehen einmal Richtung Heck. Ja, Heckbereich ist wirklich richtig stimmig bei Hobby. Mir befällt das besonders gut. Vor allem sieht es zeitlos aus und stimmig. Schaut mal, hier dieses LED-Band. Ist nicht nur schick, hat für euch vor allem auch einen praktischen Vorteil. Bei Schlechtwetterfahrten werdet ihr einfach noch besser erkannt. Und jetzt wandern wir mal weiter. Wir kommen mal zur Vorzeltabgewandtenseite. Ja, und hinten im Heckbereich haben wir die beiden Kinderbetten. Und jedes Kind hat natürlich auch ein eigenes Fenster. Ihr seht das auch schon. Aber keine Sorge, diese Fenster kann man nur einen kleinen Spalt öffnen. Das heißt, das Kind kann darüber nicht stiften gehen. Safety first wird hier groß geschrieben. Direkt links davon befindet sich ja quasi die Toilette. Und dementsprechend haben wir hier auch die Klappe zur Toilettenkassette hin. Ich ziehe die mal für euch raus. Weil hier haben wir sogar eine Trolley-Funktion. Ihr müsst es nicht mehr tragen. Ihr könnt es ganz angenehm hinter euch herrollen. Was natürlich noch komfortabler ist. So, das schieben wir mal wieder zurück. Wir bleiben trotzdem mal hier in diesem Bereich. Weil jetzt hat die Toilette einen eigenen Spültank. Den könnt ihr ganz angenehm hier einmal befüllen. Und ihr seht auch, wie voll dieser Tank ist anhand des Steigrohrs, was hier einmal auf der linken Seite ist. Und ihr könnt auch über dieses Steigrohr das Ganze einmal entleeren. Wir schließen das. Und jetzt gehen wir nochmal vorne Richtung Bugbereich. Und hier vorne sitzt ja der Frischwassertank, der fasst 25 Liter. Den kann man ganz angenehm von außen befüllen. Optimal könnt ihr den auch noch größer bestellen. Dann mit 50 Liter. Ja, und jetzt würde ich vorstellen, gehen wir mal rein in dieses schicke Fahrzeug. Bevor wir jetzt reingehen, starten wir mal zusammen mit der Tür. Und die Tür hat eine gewisse Dicke. Einfach aus dem Grund, dass in diesem Bereich keine Keltbrücke entstehen soll. Und in der Tür hat sich Hobby auch was Pfiffiges einfallen lassen. Schaut mal, wir haben ja auch Fächer drin, wo man nochmal wunderbar was platzieren kann. Ein Mülleimer darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, und passend zum Mülleimer gehört hier auch noch ein Kehrblech mit dazu. Schaut mal, das ist auch schon mit integriert. Hobby denkt einfach mit. Ja, und in dem Bereich ist vor allem auch eine richtige Fliegenschutztür wichtig. Und die ist hier in diesem Hobby auch serienmäßig mit integriert. Genug geschnackt. Ich mache die Tür mal wieder auf. Ihr geht rein in den neuen Hobby Deluxe 94 KMF. Ein richtig attraktives Design und einfach zeitlos. Mir gefällt er besonders gut. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen auch mal ganz kurz mit den Farben. Schaut euch das mal an. Wir haben diese weißmatten Töne. Einmal hier im Oberbereich. Die sind auch nochmal an so einer organischen Form. Also es ist sehr stimmig. Akzente werden nochmal gesetzt mit diesen Ausfräsungen. Direkt darunter haben wir nochmal diesen hellen Holzton. Es wirkt sehr warm, sehr freundlich. Ja, ein familienfreundlicher Wohnwagen. Akzente werden auch hier in diesem Tischbereich nochmal gesetzt. Durch diesen anthrazitfarbenen Ton. Und da sind sogar so kleine Highlights drin. Schaut mal. So eine Marmorierung. Auch wirklich schick. Ja, Hobby ist einfach designverliebt. Das Polster passt natürlich auch perfekt. Einmal hier zum Farbdekor vom Holz. Optional gibt es auch nochmal ein anderes Polster. Und wie das aussieht, das blenden wir euch nochmal an dieser Stelle einmal ein. Ja, und jetzt starten wir mit unserer Roomtour einmal hier im Heckbereich. Quasi bei den Kinderbetten. Und wir beginnen direkt mal bei dem oberen Bett. Und ihr seht auch schon, hier haben wir einmal Ablagemöglichkeiten. Da können die Kinder wunderbar was platzieren. Hier auch auf der linken Seite nochmal eine Ablagemöglichkeit. Rechts, also man würde sagen die Kopfseite, ist ja einmal noch ein Fenster integriert. Natürlich auch mit Fliegen als auch Verdunklungsplissee. Auf der rechten Seite sehen wir auch einmal noch eine kleine Lampe. Und ihr seht auch so einen blauen Lichtstreifen. Man hat auch nur ein Nachtlicht, wenn man das möchte. USB-Steckdose ist auch an der Lampe integriert. Sofern das dann schon für euch relevant ist. Ja, und Schlafkomfort, das wird groß geschrieben. Auch bei den Kindern natürlich. Ich hebe mal hier ein bisschen die Matratze an. Wir haben nämlich eine vernünftige Matratze. Und unterstützt wird das Ganze nochmal durch einen Holzlattenrost. Das klappen wir mal wieder so ein bisschen runter. Und wir tauchen jetzt mal ab. Wir kommen nämlich zum unteren Bett. Auch hier haben wir nochmal Ablagemöglichkeit auf der linken Seite. Rechts haben wir auch wieder das Fenster integriert mit der Leselampe und einem USB-Stecker. Wir haben auch die Möglichkeit das Fenster natürlich zu öffnen. Ich habe es auch schon im Außenbereich gesagt. Die Fenster, die könnt ihr nur einen kleinen Spalt öffnen. Das heißt, das Kind kann da keinen Körper raus machen. Und hier sind wir sogar multifunktional bei diesem Bett. Das heißt, das Kind kann auch schlafen. Und wenn dann zum Beispiel der Tag angebrochen ist und man möchte einfach noch ein bisschen mehr Platz haben zum Spielen für die Kinder, dann könnt ihr das Bett ganz einfach aufstellen. Man kann das jetzt auch an dieser Position noch durch den Gurt arretieren, sodass es fest ist. Und jetzt hat man hier so eine kleine Spielarea oder Beladungsfläche, das ist euch überlassen. Man kann auch hier das Brett einfach rausziehen, wenn man möchte. Und hier hinten, ihr seht das auch schon, haben wir so eine blaue Optik. Das ist eine Maltafel. Also auch ganz süß gemacht von Hobby, muss man sagen. So, das klappen wir mal wieder runter. Ich stehe auf. Und jetzt drehen wir uns mal so ein bisschen, weil wir kommen mal hier zum Badbereich. Schaut euch das mal an, da sitzt ihr direkt vor den Kinderbetten. Wir haben noch eine kleine Garderobe hier auf der linken Seite, auch nochmal farblich abgehoben. Es wirkt einfach sehr stimmig, sehr verspielt, detailverliebt. Ja, detailverliebt, das ist einfach Hobby. Und es sind auch so Details wie zum Beispiel hier am Türgriff. Ein richtiger Türgriff, so wie man das von zu Hause kennt. Ich öffne das mal und jetzt haben wir hier so einen kleinen Kompaktwaschraum, würde man sagen. Das heißt, es ist ein kleiner Raum, wo aber alles drin ist und vor allem wirkt er aber nicht klein. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier jede Menge Spiegel untergebracht haben. Und hinter den Spiegeln, ich habe es schon mal geöffnet, haben wir Staufläche. Hier oben sitzt auch nochmal ein 230 Volt Stecker, den man wunderbar nutzen kann. Hier auch nochmal Platz für eure Hygieneartikel. Und jetzt haben wir hier so kleine Mulden, vier Stück. Eigentlich passen dann für eine Familie, jeder hat so eine Mulde. Da kann man wunderbar so ein paar Sachen platzieren. Jetzt stellt man das einfach wieder hier rein und während der Fahrt sind die automatisch arretiert, weil die können nicht rauskippen. Hier unten sehen wir auch nochmal Beladungsflächen, die wir wunderbar nutzen können. Ich öffne mal hier die Klappen für euch. Spingen es da gerne mal rein. Jede Menge Platz. Und auch sehr schön gemacht, muss man sagen, hier dieser Waschstich. Das ist alles aus einem Guss. Warm- und Kaltwasser ist in diesem Bereich natürlich auch selbstverständlich. Und hinten durch ist die Toilette, die ist noch eingepackt, ist die Tadford Bank Toilette. Und das Thema Toilette ist wirklich einfach. Wir haben uns aber nochmal die Mühe gemacht, euch das separat vorzustellen. Wie das funktioniert mit der Reinigung, mit der Chemie und welche Tipps und Tricks wir da für euch haben. Schaut auch da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Das entsprechende Video haben wir für euch einmal verlinkt. So, genug erzählt zum Badbereich. Den schließen wir mal. Und damit kommen wir zur Küche. Ja, und ihr seht auch schon, die Küche, die hebt sich ja farblich nochmal ein Stück ab. Wir haben nämlich hier oben diese anthrazitfarbenen Töne. Ich finde es richtig modern, richtig stimmig gemacht. Und wir beginnen jetzt auch hier im Küchenbereich mal oben bei den Beladungsmöglichkeiten. Kommt gerne mal ein bisschen näher. Schaut da mal rein. Da kann man wunderbar Tellertassen, Schüsseln platzieren. Den gleichen Platz haben wir nochmal auf der anderen Seite. Und die sind natürlich auch, wenn man die jetzt richtig dran drückt, für die Fahrt sauber arretiert. In der Mitte nochmal so ein kleines Rollo, was wir nach oben ziehen können. Und schaut mal hier rein. Das ist vielleicht der perfekte Platz für eure Kaffeemaschine, wenn eine Kaffeemaschine mit soll. Wir können euch da oben noch einen 230 Volt Anschluss in der Werkstatt nachrüsten. Und schon sitzt die Kaffeemaschine einmal feste und ist dann auch für die Fahrt direkt ready. So, wir tauchen ab. Wir kommen auch mal zum Dreiflammenkocher. Ich öffne mal die große Glasabdeckung für euch. Und jetzt haben wir hier einen Dreiflammen-Gaskocher integriert. Und ihr braucht auch kein Feuerzeug, um da die Flamme anzumachen. Wir haben in diesem Fahrzeug serienmäßig bereits einen elektrischen Zünder mit dabei. Das heißt, drücken, drehen, Flamme geht an. Und jetzt könnt ihr an allen drei Flammen gleichzeitig kochen. Ja, und wenn ihr fertig seid mit dem Kochen, dann kann man zum Glück auch diesen Bereich schnell wieder sauber machen. Ihr müsst nur das Rost hier einmal rausnehmen. Ihr holt euch einen feuchten Lappen, wischt alles in eine Ecke und dann kann man es sauber entnehmen. Und direkt rechts davon haben wir die große Spüle. Das heißt, man kann auch mal hier in dem Fahrzeug den Abwasch machen, wenn man das möchte. Ich öffne mal die Glasabdeckung für euch. Wir haben auch in diesem Bereich Warm- und Kaltwasser und dann geht das einfach wunderbar. Ja, und wenn man fertig ist, Abdeckung wieder runter machen und schon habt ihr hier einfach nochmal Abstellfläche. Wir haben auch in diesem Bereich ein bisschen versteckt, aber nochmal zwei 230 Volt Anschlüsse, die man auch nochmal wunderbar benutzen kann. Jetzt tauchen wir ab. Wir öffnen mal die Schubladen. Ich beginne mal mit der obersten. Schaut, hier haben wir sogar einen Besteckschubladeneinsatz serienmäßig integriert, aber auch sehr gut zugänglich. Die drei Abstellventile für unsere Gas-Endverbraucher. Einmal für den Kühlschrank, fürs Kochfeld und für die Heizung. Wir schließen das Fach, wir tauchen ab, öffnen die nächste große Schublade für euch. Und diese Schublade ist doch perfekt für Pfannen und für Töpfe. Beachtet da bitte nur, dass ihr das Ganze nicht über 10 Kilo beladet. Und schaut auch mal, mit Soft-Close-Schanier. So, das machen wir auch nochmal auf. Spingen sie auch da mal rein. Und damit diese Schubladen während der Fahrt nicht aufspringen, haben wir so einen Push-Lock-Knopf integriert. Heißt, reindrücken. Und dann ist es auch feste für die Fahrt. Ja, und dann sucht man immer so ein bisschen vergeblich, ich kenne das auch, den Platz für den Handtuchhalter. Wo sitzt der? Hier. Den müsst ihr nicht mehr irgendwie arretieren. Der ist schon automatisch mit integriert. Und das ist doch wirklich clever. Ja, und zu so einer tollen Küche gehört auch ein großer Kühlschrank. Schaut mal, der ist hier integriert. Der neue Dometic-Kühlschrank. Ich mache den mal für euch auf. Schaut euch das mal an. Eine wirklich clevere Aufteilung. Da kann wirklich alles mit. Die ganze Familie wird versorgt sein. Und hier oben sitzt sogar noch ein Gefrierfach, was man easy öffnen kann. Ja, und das Gefrierfach, das könnt ihr auch optional herausnehmen. Dann habt ihr einfach noch mehr Kühlschrankvolumen. Und dieser Kühlschrank, der kann ja sogar über drei Energiearten laufen. Über Gas, heißt ganz autark. Über 230 Volt am Campingplatz. Oder über 12 Volt während der Fahrt in einer Kühlerhaltung. Und das Pfiffige von diesem Kühlschrank ist sogar, dass man den nicht nur von der Seite öffnen kann. Nein, ich kann den sogar auch von der anderen Seite öffnen. Ist vielleicht noch ein ganz nettes Gimmick. Direkt unter dem Kühlschrank hat Hobby den Platz genutzt, um einfach noch mehr Staufläche für euch anzubieten. Weil hier kann man auch noch mal wunderbar was platzieren. Und jetzt drehen wir uns mal um. Und wir starten jetzt hier mal mit der Mittelsitzgruppe auch oben bei den Beladungsflächen. Ich öffne mal die Klappen für euch. Schaut da mal rein. Da kann wirklich jede Menge platziert werden. Ja, und Hobby hat ja einen ganz tollen Slogan gebaut fürs Leben. Und das zeigt sich auch in so kleinen Details. Schaut gerne mal hier rein. Wir haben nämlich hier ein richtiges Scharnier, was mit acht Schrauben befestigt ist auf einem Aluprofil. Ja, und daher kommt einfach der Slogan. Gebaut fürs Leben. Und das sieht man an jedem kleinen Detail bei diesem schicken Hobby. Ja, und jetzt haben wir ja hier oben eine große Staufläche. Und unten drunter noch mal so eine offene Ablage. Beziehungsweise so ganz offen ist die gar nicht. Wenn wir nämlich jetzt hier diesen Hängeschrank einmal schließen, öffnet diese Klappe ein bisschen tiefer. Das heißt, ihr könnt diese offene Ablage auch während der Fahrt wunderbar nutzen. Wir schließen das mal. Und dabei fällt euch natürlich auch auf, dass wir auch hier in diesem Hängeschrankbereich ein Softclose schon hier haben. Schließt also sauber und samt. Ja, und jetzt fläze ich mich mal hier in diese tolle Mittelsitzgruppe rein. Und hier hat man einfach wirklich viel Platz. Vier Personen können hier wunderbar dran sitzen. Ihr könnt natürlich auch hier dieses Armpulster noch wegnehmen. Dann habt ihr noch mehr Platz. Man kann so ein bisschen rüber rutschen. und wenn die fünfte Person auch noch mit dazu möchte, dann holt euch einfach noch einen Hocker. Stellt ihn auf die Stirnseite und dann kann man hier wunderbar dran sitzen. Vor allem haben wir auch einen großen Tisch mit viel Beinfreiheit. Schaut mal hier unten drunter. Wir haben nämlich einen Einsäulen-Hubtisch serienmäßig mit integriert. Und dadurch passen ja auch alle Füße und alle Knie wunderbar drunter. Ja, und jetzt kann man nicht nur hier dran sitzen. Man kann das Ganze auch noch zu einer Schlaffläche umbauen. Und diesen Umbau, den machen wir jetzt einfach mal zusammen. Und das geht wirklich rasch. Ich komme noch mal raus. Der erste Schritt ist, dass wir diesen Tisch einmal absenken. Und dafür müssen wir diese Arretierung hier einmal lösen. Schaut mal, hier sitzt die. Die drehen wir mal um 180 Grad. Und jetzt kann ich den Tisch ganz einfach nach unten drücken. Unten angekommen, drehe ich das wieder zurück. Schiebe das wieder so ein bisschen ran. Das Kissen nehmen wir einmal raus. Auch hier diese Armpolster. Und jetzt ziehen wir das Sitzkissen in die Mitte. Legen das Rückenkissen einmal um. So, und jetzt haben wir so einen kleinen Spalt. Da gibt es noch ein Element. Das hole ich mal fix aus dem Kleiderschrank raus. Und das wird jetzt hier eingesetzt. So, und jetzt haben wir das Bett schon umgebaut. Das kommt auch mal kurz weg. Dann seht ihr das noch besser. Und das ist vor allem ein schönes, schnelles Bett, was man da zaubern kann. Die Maße von dem Bett, das blenden wir euch an dieser Stelle einmal ein. Und da habe ich noch einen Tipp für euch. Holt euch noch einen Topper oder eine Rollmatratze. Legt das einmal da drüber. Und schon spürt ihr auch hier nicht mehr die Ritzen. Ja, und jetzt haben wir nicht nur hier die Möglichkeit, darauf zu sitzen oder darauf zu schlafen. Wir haben hier auch noch Staufläche integriert. Und diese Staufläche, die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Dafür gehen wir mal auf die Seite. Ich öffne mal hier die Abdeckung für euch. Schaut da mal rein. Hier kann man wunderbar relativ viel beladen. Und jetzt kommen wir mal zur anderen Seite. Auch da spinzen wir mal zusammen rein. Und hier habt ihr auch noch mal Beladungsfläche. Wir schließen das, wir machen das ordentlich und dann kommen wir einmal zum Kleiderschrank. Wir öffnen jetzt hier zusammen mal den Kleiderschrank. Ich drehe mal die Dreholive. Schaut da mal rein. Hier haben wir Platz für Jacken, für Blusen, für Hemden. Man kann das wunderbar platzieren. Und diesen Platz, der nutzt auch Hobby, um die Bordelektronik unterzubringen. Wir haben hier einmal den Umwanderer von 230 Volt auf 12 Volt. Wir haben hier einmal den Sicherungskasten. Und unten sitzt einmal das Lichtsteuermodul von Hobby. Wir schließen das mal, gehen mal nach unten. Hier sitzt nämlich die Heizung, die Truma S 3004 mit richtig Wumms. Damit wird es wohlig warm, auch bei kalten Temperaturen. Das ist eine Gasheizung, die geht ganz einfach an, hier über diesen Drehknauf. Und damit die warme Luft nicht nur hier rauskommt, sondern im gesamten Fahrzeug verteilt wird, ist hier auch einmal noch ein 12 Volt Gebläse serienmäßig mit integriert. Wer noch mehr wissen will, zu dieser schicken Heizung, der schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung ein. Da haben wir das entsprechende Video nochmal für euch verlinkt. Ja, und jetzt habe ich es mir ja schon so ein bisschen gemütlich gemacht, hier vorne auf dem Elternbett. Ich stehe aber nochmal für euch auf, weil wir beginnen auch hier mal oben bei den Beladungsmöglichkeiten. Hier haben wir nämlich auch nochmal jede Menge Platz für euch. Die zwei machen wir auch nochmal fix auf, wo man nochmal was unterbringen kann. Auch wieder das gleiche Konzept mit dieser offenen Ablage und hier auf der rechten Seite haben wir sogar auch nochmal eine Klappe. Ihr merkt schon, jeder Winkel ist hier bestens genutzt. Vorne auf der Stirnseite haben wir einmal ein Buchfenster integriert, finde ich immer ganz klasse. Und links und rechts haben wir nochmal diverse Ablagemöglichkeiten und vor allem, das ist ja auch wichtig, nochmal einen 230 Volt Anschluss, sodass ihr entsprechend noch etwas laden könnt, wenn ihr das möchtet. Wer jetzt noch eine USB-C Steckdose haben möchte oder eine USB-Steckdose, der kann das ganz einfach bei uns in der Werkstatt noch nachrüsten lassen. Und jetzt kommen wir mal zu diesen schönen Betten und die Masse von den Betten, die blenden wir euch an dieser Stelle einmal ein. Ja, und eine Sache, das macht Hobby auch richtig clever, wir haben zwei getrennte Matratzen und das macht man aus dem Grund, dass eine Person ja meistens schwerer ist als die andere und damit man nicht zu der anderen Person hinrollt, ist es einmal getrennt gelagert. Und wir haben auch vor allem vernünftige Matratzen drin, schaut euch mal diese dicke an, wir haben jetzt hier Federkernmatratzen, die unterstützen natürlich nochmal den Schlafkomfort und unterstützend ist natürlich auch hier einmal das Holzladenrost. So, das machen wir mal kurz wieder runter und jetzt machen wir das Bett mal nach oben, weil wir haben nämlich hier drunter unsere Hauptstofffläche und da kommt man wirklich ganz einfach dran, auch von innen. Ihr seht schon, dank der Gasdruckdämpfer bleibt das ja auch in dieser Position jetzt stehen. Und jetzt haben wir auf der linken Seite einmal den Frischwassertank mit 25 Liter, kommt man gut dran. Wir haben hier die serienmäßige Therme mit 5 Liter drin und, und das ist ja das Wichtige bei so einer Staufläche, jede Menge Platz. Ich habe es auch schon von außen beschrieben, da kann wirklich alles mit. Und jetzt könnt ihr nicht nur von innen, be- und entladen, ihr habt ja auch eben im Exterieurbereich gesehen, dass da einmal noch eine Stauklappe sitzt, wo man auch wunderbar hier drauf zugreifen kann. Das schließen wir mal. Wir gehen mal nach vorne, weil das Thema Hobby Connect, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben jetzt hier einmal die zentrale Steuerneid für diesen schicken Wohnwagen. Wir haben die Möglichkeit, das Licht an- und auszumachen. Wir können sehen, wie voll ist meine Autark-Batterie, sofern ihr eine mitbestellt habt. Wir können ablesen, wie voll ist euer Frischwassertank. Wir haben hier die Möglichkeit, die elektrische Fußbodenerwärmung zuzuschalten. Auch das ist eine Sonderausstattung. Oder ihr könnt auch hier rechts einmal die Therme aktivieren, so dass ihr warm Wasser habt. Ja, und dieser Name kommt ja daher, dass man das Ganze auch mit seinem Handy verbinden kann. Und das möchte ich euch gerne mal zeigen, weil das ist wirklich clever gelöst. Kommt gerne mal hier hin. Und jetzt haben wir hier einmal die Verbindung zu diesem Wohnwagen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt hierüber Licht an- und auszumachen über die App. Wir können sehen, wie voll ist der Frischwassertank. Und wir können auch den Kühlschrank darüber steuern. Also wirklich ganz clever gemacht von Hobby. Das schließen wir mal. Ich fletze mich nochmal in diese tolle Mittelsitzgruppe rein. Und damit kommen wir zum Fazit von diesem kleinen, schicken Familienwohnwagen. Ja, und er ist ja wirklich klein und kompakt. Aber im Innenraum merkt man das ja gar nicht, weil wir eine wirklich tolle Blickachse haben. Hinten im Heckbereich haben wir einmal die Kinderbetten. Und das gleiche bei den Kinderbetten ist, dass wir sogar das untere Bett aufstellen können, sodass wir entweder noch zusätzliche Spielfläche haben oder Staufläche für die Fahrt. Wir haben einen multifunktionalen Mittelbereich. Das heißt, wir können auch hier diese Sitzgruppe, diese Face-to-Face-Sitzgruppe zu einem Bett noch umbauen, wenn der Besuch sich mal ankündigt. Und vorne im Bugbereich haben wir ein wirklich tolles, großes Familienbett. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt zu diesem schicken Wohnwagen, schreibt uns gerne an. Wir kommen hier aus dem Rheinland. Wir haben drei Standorte in Kerpen, in Westlingen und hier in Rheinbach. Wir beraten fort, aber auch ganz bequem digital, wenn ihr nicht gerade aus der Ecke seid. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Max.